Yeah, I've been waiting for ya! Lucky, endlich zu Hause! So cool, er freut sich voll! Schaut mal, wie sich Lucky freut! Er ist endlich wieder zu Hause bei uns im Was-Wir-Hauf-Quartier! Schnell Lucky! Lucky, jetzt gibt's erstmal was zu essen! Schnell Lucky, gleich in dein Bett! Schau mal, er hat sein Bett voll vermisst! Und jetzt ist es auch endlich nicht mehr so leer hier! Du hast recht! Endlich ist es hier nicht mehr so leer! Aber Cayman, erzähl mir jetzt mal von dem Plan! Wie können Sie Flexi retten? Mein Plan, ja! Genau, erklär mir genau, wie wir vorgehen! Dazu muss ich noch kurz ein Utensil holen, dann erklär ich dir gleich alles! Ihr wartet geschehen! Das schmeckt Lucky! Er hat einen riesen Durst! So! Also kann ich mal erzählen! Damit wir Flexi retten können, mussten wir erstmal Lucky befreien! Das haben wir jetzt! Haben wir jetzt! Aber warum genau? Du fragst warum, Gemi? Hunde haben doch eine richtig gute Spürnase! Die riechen tausendmal besser als ein Mensch! Ja! Und weiter! Deswegen war ich auch gerade unten! Jetzt verstehe ich es! Das ist doch Flexi seine Mütze, oder? Genau! Das ist Flexi seine Mütze! Und wir brauchen Lucky damit, der an der Mütze riecht und Flexi findet! Ganz genau, Gemi! Wir lassen Lucky Flexi erriechen! Sehr gut, der Plan Keimann! Riecht nach Flexi, oder? Ja! Freunde! Seid ihr dabei? Ja, wir sind dabei! Auf geht's, Lucky! Ja! Such Flexi! Such Flexi! Ich glaube, Lucky hat schon eine Spur! Sehr gut, Lucky! Er hat jetzt Flexi seinen Geruch in der Nase und nun können wir los ihn suchen gehen! Dann gehen wir los, oder? Lass uns keine Zeit verschwenden! Heide, heide, heide! Auf geht's, Lucky! Wir müssen Flexi riechen! Auf geht's, Lucky! Wer nervt denn jetzt schon wieder? Auf geht die Alte! Was willst du von mir? Ich hab doch gesagt, es ist Schluss! Gemi, was ist los? Keinem tut mir leid, du musst alleine los! Alleine? Ich muss das am Telefon klären! Bist du dir sicher? Ja! Mach's gut, keinem! Freunde! Dann kommt mit! Lucky! Lucky! Schnell, wir müssen Flexi fett! Komm! Ich hab dir noch gesagt, dass du mir nicht auf den Sack gehen sollst, blöde Kuh! Erstens wirst du hässlich und zweitens liebst du nur mein Geld! Elhamdulillah! Elhamdulillah! Es ist vorbei mit uns! Versteh es doch einfach! Ich hab keinen Bock mehr auf dich! Nein! Nein! Bla bla bla! Typisch Frauen, Freunde! Okay, es wird schon langsam dunkel! Wir müssen uns beeilen, damit wir Flexi finden! Lucky! Lucky! Komm, riech noch mal! Riech noch mal! Ja! Flexi, weißt du, wo es lang geht? Auf geht's! Zeig mir den Weg! Schnell! Freunde, ich glaube, er hat schon eine erste Spur! Da lang? Okay! Er riecht was, Freunde! Finde Flexi Lucky! Nein? Oder doch? Okay, hier war nichts, Freunde! Schnell weiter! Okay, wo lang? Hier rechts? Links oder geradeaus? Auf geht's! Schnell! Zeig uns den Weg! Schnell! Wo lang? Hier rechts? Nein, nein! Okay, Freunde! Er hat definitiv eine konkrete Spur! Kommt mit, Freunde! Flexi! 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 Wo bist du? Lucky, du musst unbedingt Flexi fit für unsere Zuschauer! Leute, lass jetzt mal einen fetten Daumen da und abonniert unseren Kanal, damit wir Flexi finden! Jedes Abo ist übertrieben wichtig! Abonniere jetzt und abonniert auch für Lucky, dass wir ihn wieder retten konnten! Komm schon Lucky! Flexi! Okay, man! Flexi! Ja, ich hör dich! Oh mein Gott! Wo bist du? Flexi! Ja! Ich bin hier! Wo? Oh mein Gott! Freunde, was ist hier mit Flexi los? Holt mich hier los! Schau dich das mal an! Der ist in dem Hundekäfig eingesperrt! Aber immerhin hast du Wasser! Ja, aber zum Glück bist du da! Lucky hat dich gefunden! Nein, meine Mütze! Hat dich gefunden, Freunde! Meine Mütze! Lucky hat Flexi gefunden! Er kennt mal was, Flexi! Wie geht's dir da drin? Krass! Ja, bisschen unbequem, oder? Sieht schon gemütlich aus! Nein, ist es nicht! Hey, warte noch, bevor du öffnest! Warum, Flexi? Vielleicht ist er in der Nähe! Meinst du echt? Ich seh nichts! Gehst du ihn? Nein, Flexi, ich seh nichts! Hier ist niemand! Sicher, ist hier niemand! Ja, nein! Wo ist dieser doofe Grinch? Hier ist nichts! Ja dann, hol mich raus! Perfekt! Wenn er nicht da ist, hol mich! Raus hier! Achtung, Flexi! Komm her! Leckeres Wasser! Geht's! Oh mein Gott! Achtung! Tu dir nicht mehr! Ich zieh in der Box! Die hat er nicht mehr reinbekommen! Ich weiß es nicht! Ah, Lucky! Oh mein Gott, Flexi! Sehr gerne! Aber Freunde! Flexi, Mann! Oh nee! Der lag hier drin, oder? Der lag da drin! Ich bin erstmal so froh, dass ich hier draußen bin! Hey! Und meine Mütze! Lass doch meine Mütze! Schaut euch das an, Freunde! Nicht schon wieder! Ich bin doch gerade erst hier rausgekommen! Ist doch scheiße! Gerade gerettet und jetzt wieder so ein Mist, oder was? Ich bin so froh, dass ich rausholen konnte! Dank Lucky! Und jetzt wieder so ein Müll! Und weißt du was? Am besten liest du vor! Hallo K-Man, Game Master und Lucky! Hä, bist du Game Master? Der ist doch im Urlaub, dachte ich! Der ist nicht im Urlaub, Flexi! Ja, stimmt! Du hast ja gar nichts mitbekommen! Ich war Tage da drinnen mit Wasser! Der Grinch hat Game Master entführt, aus seinem Urlaub mit Aiovine! Dann konnte ich ihn befreien! Dann konnte ich Lucky befreien! Und mit Lucky seiner Hilfe habe ich dich befreien können! Voll die krasse Geschichte! Und wo ist Game Master jetzt? Game Master sitzt bei uns im Hauptköttchen zu Hause! Nein! Der musste irgendwie was erledigen per Telefon, keine Ahnung! Dann treffe ich ihn gleich! Auf jeden Fall! Ich freue mich! Ich bin zum Glück, ey! Aber es geht noch weiter, Freunde! Wie weiter? Solltet ihr diesen Brief lesen, konntet ihr Flexi befreien! Zum Glück, Mann! Ey! Das ist frohe Weihnachten! Aber freut euch nicht zu früh! Wie aber? Was steht da? Lass mich vorlesen! Für diesen Fall habe ich vorgesorgt! Und Flexi vergiftet! Das bin ja ich! Freunde, hier steht's! Und Flexi vergiftet! Flexi, wie fühlst du dich? Geht's dir gut? Bisschen eng? Meine Schulter aber sonst alles in Ordnung! Du siehst quicklebendig aus! Na klar! Es war nur eng da drin! Lies mal weiter! Das Spiel ist lange noch nicht vorbei! Folgt mir nach Österreich in die Berge, um Flexi zu retten! Wie? Sonst gibt es bald kein Taki-Taki und Chaka-Chaka mehr! Hey, die sind meine Wörter! Taki-Taki, Chaka-Chaka sind meine Wörter! Und die gibt's immer noch! Klar! Denn Flexi wird nicht mehr der Alte sein! Hohoho! Grauenvolle Weihnachten! Das ist die typische Grinch-Unterzeichnung! Diese blöde Grinch! Und hier ist noch eine Satellitenaufnahme! Kleinalm! Sagt dir das was? Die liegt in Österreich! Echt? Ja, die liegt echt in Österreich! Dann müssen wir da unbedingt hin! Sei ehrlich! Das ist doch nur ein Trick! Flexi, hier steht, dass du vergiftet bist! Ja, aber mir geht's gut! Ja, aber was ist, wenn es erst wirkt? Braucht ein bisschen Sport, weil's so eng war, aber danach geht's mir wieder top! Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob wir Grinch glauben sollen und Flexi vergiftet ist oder nicht! Flexi, ich will kein Risiko eingehen! Darf das nicht so auf die leichte Schultern nehmen! Ja, bei mir geht's gut! Jetzt noch, aber was, wenn's dir morgen nicht mehr gut geht? Ich muss da unbedingt hin! Ich fahr da mit Lucky hin! Ich fahr in die Berge! Ist mir egal, ob dein Gegen gibt es oder nicht! Du willst da dahin, wo er gesagt hat, wo du hin sollst! Ja, klar! Was ist, wenn das eine Falle ist? Er schickt euch oder er lockt euch beide dahin und es ist eine Falle! Ja, aber was ist, wenn du wirklich vergiftet bist? Dann vermissen mich aber die Leute, glaube ich, oder? Lass mal einen Daumen da, wenn ich nach Österreich fahre! Vor allem Taki-Taki! Flexi, solang es dir noch gut geht, gehen wir erstmal heim zu Gaming und dann können wir immer noch überlegen, was wir machen! Ist eine sehr gute Idee! Wir gehen jetzt erstmal zu Gaming! Sagen wir, dass ich befreit bin und dann klären wir das nochmal kurz, wer überhaupt, ob überhaupt jemand nach Österreich geht oder nicht! Perfekt! Freunde, auf geht's! Ab ins Hauptquartier! Lucky! Ab ins Hauptquartier! Sachame! Mach